Aber ich kriege nicht alle zusammen. Irgendjemand scheint zu viele. Oder besser gesagt, es scheint sehr viele zu viele. Wo stecken sie nur? Ich will zumindest ein Paar gerettet haben. Weil ich halt immer Angst habe, dass sie mir sterben, wenn ich sie einfach zurücklasse. Oh, ein Englein. Sauerstoff tanken. Danach kann ich mir Engler-Gel holen. Ich wollte eigentlich ja aufhören und sobald zurückkehren. Ich sehe nichts. Lass mich durch. Lass mich durch. Nein. So. Also. Äh, also. Wo sind die anderen Dutzende? Dinos. Die mir noch fehlen. Da hinten ist wohl einer. Irgendwie. Oh. Dann kann ich ja von Glück bilden, dass du nicht ertrunken bist. Ich habe mich schon gewundert, was das die ganze Zeit war. Das war Chan-Li. Ja, dann. Fisch. Wie sie alles im Wasser schauen. Wie meine Goldfische, wenn ich sie füttere. So. Und dieser Exot hier irgendwo ist wirklich bis ans Ende der Karte geschwommen. Das ist Thor. Der Hai mit dem kreativen Namen Thor. Uh. Einmal auftauchen, bitte. Ach so, stimmt. Der kann nicht auftauchen. Also nicht so wie die anderen. Nicht mit Leertasten. Und da hinten ist immer noch einer. Wieso ist da hinten immer noch einer? Und wo ist er? Der wird gekämpft. Mit einem Baryonyx. So. Auftauchen. 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 Auftauchen, bitte. Ich will nicht hier unten sterben. Ich werde hier unten sterben. Oh. Leute. So. Okay. Ich hoffe mal, dass ich jetzt die meisten habe. Ich gehe mal naiverweise davon aus, dass ich die meisten habe. Einzelne Dinos kann ich ja gleich noch, wenn ich zu Hause bin. Oh. Ich bin hier ziemlich blockiert. Ich komme nicht weiter. Das ist der Nachteil, wenn man so viele Dinos hat. Also ich bin sicher, da fehlt da irgendwo noch einer. Aber den hole ich gleich ab. Lass mich durch. Wieso lässt er mich nicht durch? Ich darf halt keine Pause machen. Wenn ich stehen bleibe, haben sie mich umzingelt. Und wollen spielen. Wie die Sarkos hier. Ich müsste mal schauen, ob sie auf Follow-Distance-Skill minimal sind. Scheint mir fast so. Denn sie drängen mich ja richtig ab. Ich hoffe, nur der reine, den ich zurücklassen musste, ist in Sicherheit. Ich bin fast zu Hause. Ich bin fast zu Hause. Dann würde ich nämlich gleich nur noch die Sarkos mitnehmen, um den anderen zu suchen. Den ich zurückgelassen habe. Und dann brauche ich. Wie mache ich das am besten? Einzelne Pfeifen wahrscheinlich am besten. Eins und zwei. Und dich. Äh? Achso. Weil ich nur aufhin gesessen hatte. Ist da noch ein Follow? Gut. Das ist jetzt nicht die Mega-Truppe. Haha. Aber wahrscheinlich wird sie sowieso gleich... Määääh. Weißt du, was ich noch hätte machen können? Den Sauerstoff dann reparieren. So. Hier hängt einfach nur am Cliff fest. Das ist gut. Alle drei. Kommt ihr? Oder muss ich das Ding erstmal abbauen? Er kommt gut. Oh, der Mosasaurus kommt auch noch mal zu. Äh, lass mich durch. Also, wo ist hier noch ein Nachzügel? Irgendwo da unten. Irgendwo da unten. Und ich bin nicht sicher, wo... Aber es ist tief. Vielleicht hier. Das wird nichts. Das wird überhaupt nichts. Ich kann mal kurz pfeifen, aber das wird nichts. Äh. Und ich kann damit nicht schnell genug auftauchen. Ich werde hier unten sterben. Denn Krokodile können vieles. Aber schnell auftauchen können sie definitiv nicht. Also, großer Fehler. Ich hätte... ...den Wassertankgeist noch reparieren sollen. Das Problem ist, ich hänge die ganze Zeit meine Krokodile ab. Meine... ...Haie, meine ich. Oh je, was für eine stressige Folge. Also. Wer... Wer fehlt denn hier schon wieder alles? Leute. Das passiert, wenn man den Dino wechselt. Aber sie alle auf Follow für den Dino sind. Nicht für den Kara. Den man spielt. Habe ich jetzt ein, zwei Mega rausgeholt? Ich glaube nicht. Lass mich durch. Lass mich doch durch. Ich... Ich habe euch nichts getan. Das ist schlimm. Das ist echt schlimm mit denen. Und ich bin erschöpft. Anstatt, dass ich... Äh... Dass ich den Tank repariere und nachschaue, wieso die Krokodile mich auf die Rücke pellen. Auf die Pelle rücken. Meine Güte. Also. Ich hoffe, ich denke daran, wenn ich gleich wieder der Basis bin. Das gibt nicht nur eine Eintagsfliege. Also. Einmal leider rein. Wenn... Wenn ich kann. Und U. So. Und auch du auf U. Dann rüber. Stimmt, ich kann jetzt nicht laufen wegen dem Ding. So, um meinen Wassertank zu reparieren. Und eigentlich müsste ich beim Osasaurus das ganze gute Futter rausholen. Besonders das Prime Fishbit. So, das kann ich oben reparieren. Müsste möglich sein. Fabrikator, ach so. Affe ist immer noch da? Affe ist da. So. Was fehlt? Ingotts und Polymer. Ingotts? Äh, keine Ahnung, nur 22. Habe ich Organik-Polymer? Wow. Und wieso kann ich es nicht reparieren? Ah, ich kann. Das Ding zu reparieren ist nicht teuer. Nur es hält nicht so lange, wie ich es gerne gehabt hätte. Also. Dann kann ich das hier wieder ausschalten. Ich kann bei meinen Skarko schauen, wieso sie so aufdringlich sind. So. Also. Behaviour, Lowest, deshalb. Medium. Das war nur meins. Ach so, Rika ist, ist was anderes. Oder? Keine Ahnung. Auf jeden Fall Behaviour, Medium. Das ist null. Dann habe ich hier was. Boing. Behaviour, Medium. Medium. Hä? Aber. Sie klebten doch an mir. Also. Ist das wahrscheinlich normal. Es sei denn, das sind immer noch welche, die ich übersehen habe. Wie Po. Aber es sollte eigentlich auch auf Medium sein. So, Behaviour, Medium, ja. Okay, dann ist das hier normales Verhalten. Gut. Gut, gut, gut. Dann würde ich sagen, ich reite nochmal aus. Und versuche. Channel open. Oh, da ist das schon der letzte. Dass ich alle anderen schon zusammen habe. Ich werde es mal überprüfen. Ich brauche dafür einmal Rika vorrufen. Damit ich die zwei empfangen kann. Die sich hier gegenseitig blockieren. So. Kann ich 3 und 5? Keine Ahnung. Ich versuche es auf jeden Fall. So. Es wird hier echt eng. In der Basis. So, du bleibst hier. Mosasaurus kann ich im Moment noch nicht reinbekommen. Ich glaube, er passt fast nicht durch. Kann das sein? Doch müsste er eigentlich. Einmal auf T. Ah, jetzt geht's. Super. Kommst du? Wer blockiert mich? Wow. Wow. Er passt wirklich kaum durch. Wow. 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 und wie sicher bin ich, dass kein Diener fehlt. Es sieht so aus, oder? Es sieht so aus, als würde keiner fehlen. Äh, so. Ja, das war meine. Äh, Das hat er sich gemerkt. Ich stehe auf seiner Rückenflosse. Also, ich würde sagen, ich gehe nochmal hinaus mit vielleicht einem, zwei Krokodile. und nur um ganz sicher zu gehen. Also, der Pathfinder sagt, ich habe nichts verpasst. Das müssten alle sein. Und, aber irgendwie traue ich dem Frieden nicht. Eins. Zwei. Drei. Deshalb will ich noch eine Suche starten. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ich tatsächlich schon alle habe. Gut, Po steckt fest. Nein, gut ist das nicht. Ich brauche Po wegen der Medust. So. So. Nein, eben nicht. Nein, also, Pathfinder sagt, ich vertraue mal dem Pathfinder. Ich muss jetzt nicht sinnlos herumsuchen. Außerdem gehe ich in der nächsten Aufnahme sowieso in die Richtung. So. 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 Gut, Türen schließen und Aufnahme wenden. Das war chaotisch, aber soweit erstaunlich erfolgreich. Wow. Das ist schon ein Biest. von der Größe her. Sah von von oben irgendwie kleiner aus. Und beim Zehen habe ich jetzt auch nicht so sehr auf die Größe geachtet, weil ich mit anderen Sachen beschäftigt war. So. Ähm. Sehr viel Gewicht. Sehr viel Gewicht. Uff. Eine riesige Flosse. Wem gehört die Flosse? Die hier. Meinem Precious. Ah. So. An das Land schwimmen. Und dann kann ich durchatmen. Ist schön für heute erfüllt. Das war ja auch. Alles gut. iciä on. Von der